Wir werden dieses Haus, wie in der Vergangenheit, auch schon nutzen als Bischofshaus. Aber die Kunst ist es, als Bischofhaus zu nutzen, wo wir keinen Bischof haben. Insofern können wir in der Zeit hier Veranstaltungen abhalten, Sitzungen, die normal im Priesterseminar werden, von Gremien, von Räten des Bistums, Ehrungen, die in der Zeit stattfinden, Amtshandlungen im kleinen Rahmen, die hier hineinpassen. Das wird hier sein. Es wird sicher auch akademische oder kulturelle Veranstaltungen im kleinen Rahmen geben. Bei allem muss man klar sehen, der Raum ist begrenzt von seinen Möglichkeiten. Es ist sicher ein Symbol geworden. Von seinen Kosten her, aber dann über die Kosten hinaus, auch mit dem, dass es sehr schnell Fantasie aufgeladen war. Und unsere Erfahrung war, wie wir jetzt unsere Mitarbeiter geführt haben, dass da ein starker Umdruck war, dass das Haus immer noch wahrgenommen wird, als ein Haus, was nachhaltig, edel, vornehm gebaut ist, aber längst nicht die Fantasien bedient, die da mit hineingelegt wurden. und waren auch mit. Und das ist sagen, Anspray mit. Wie geht es um ... Und das hat die Fahrten,